Hallo und herzlich willkommen bei Swagdab. Wie mittlerweile jeder mitbekommen haben sollte, hat Apple beim iPhone 7 und 7 Plus auf einen 3,5 mm Klinkenanschluss verzichtet. Wer damit trotzdem über Kopfhörer Musik hören möchte, der hat jetzt drei Möglichkeiten. Zum einen kann man natürlich kabellose Bluetooth Kopfhörer wie beispielsweise die Apple AirPods nutzen. Außerdem liefert Apple einen Lightning auf 3,5 mm Klinkenadapter mit, über den dann auch herkömmliche Kopfhörer angeschlossen werden können. Deutlich komfortabler ist aber Möglichkeit 3, denn eigentlich können Kopfhörer auch einfach über den Lightning-Port angeschlossen werden. Deshalb liefert Apple beim iPhone 7 und 7 Plus auch eine neue Version der EarPods mit Lightning-Stecker mit. Das ist natürlich ganz nett, aber sowohl was die Klangqualität als auch den Funktionsumfang angeht, gibt es bei den EarPods natürlich noch viel Luft nach oben und allgemein bin ich der Meinung, dass seit dem Release der neuen iPhones kaum wirklich gute Kopfhörer mit Lightning-Anschluss auf den Markt gekommen sind. Das hat sich wohl auch Libratone gedacht und verkauft deshalb seit kurzem die Q-Adapt in-Ear-Kopfhörer mit Lightning-Anschluss. Auf dem Papier sind das die perfekten Kopfhörer für das iPhone 7 und 7 Plus, denn neben einem Lightning-Anschluss kommen sie auch noch mit ANC, also aktiver Geräuscheunterdrückung, ohne dafür einen zusätzlichen Akku zu benötigen. Ich habe die Libratone Q-Adapt in-Ear in den letzten Wochen ausführlich getestet und ob sie wirklich halten, was sie versprechen, das erfahrt ihr jetzt in diesem Review. Beginnen wir zunächst mit der Verpackung und dem Lieferumfang. Die Verpackung ist Libratone typisch ziemlich minimalistisch und schick gehalten. Im Lieferumfang finden wir neben den eigentlichen Kopfhörern auch noch einen Quick-Start-Guide, sowie eine Tasche zur Aufbewahrung der Kopfhörer mit Magnetverschluss. Prinzipiell finde ich es super, dass eine Tasche mitgeliefert wird, wie auch schon bei den On-Ears von Libratone, hätte ich mir aber auch hier lieber ein Hardcase gewünscht. Das verleiht einfach nochmal ein stärkeres Gefühl des Schutzes und der Sicherheit. Außerdem liefert Libratone auch noch diverse Aufsätze für die Ohren mit und das ist meiner Meinung nach ein extrem wichtiger Faktor, falls man sich überlegt, diese Kopfhörer zu kaufen. Ursprünglich befanden sich nur die sogenannten Comfort-Aufsätze in vier verschiedenen Größen im Lieferumfang. Seit kurzem liefert Libratone nun aber noch drei weitere Performance-Genannte-Aufsätze mit. Da hat Libratone auf die Erstkäufer reagiert, die teilweise mit dem Sitz der Kopfhörer nicht ganz zufrieden waren. Wer noch die erste Version mit nur vier Aufsätzen gekauft hat, der bekommt die drei neuen zusätzlich vom Libratone Kundenservice zugeschickt, natürlich kostenlos. Bevor ihr die Kopfhörer zum ersten Mal benutzt, solltet ihr euch definitiv etwas Zeit nehmen und alle Aufsätze mal durchprobieren. Gerade bei In-Ears ist ein perfekter Sitz nämlich extrem wichtig für die Soundqualität und wie gut oder schlecht ANC funktioniert. Mir beispielsweise passen tatsächlich ein paar der neuen Performance-Aufsätze am besten. Damit sitzen die Kopfhörer bei mir bombenfest und extrem bequem. Nun wollen wir uns die Q-Adapt in-Ear aber natürlich etwas genauer anschauen. Libratone-typisch haben sie wieder ein ziemlich eigenständiges, meiner Meinung nach aber auch extrem schickes Design bekommen. Passend zu den iPhone-Farben gibt es auch die Q-Adapt in-Ear in schwarz-grau, weiß-silber, pink oder gold. Das Gehäuse besteht teilweise aus Kunststoff, teilweise aber auch aus Metall. Das Kabel ist bis hinauf zur Fernbedienung mit Stoff ummantelt und die Verarbeitung ist hervorragend. Insgesamt machen die Kopfhörer einen extrem hochwertigen Eindruck. Mit dabei ist sowohl ein Mikrofon zum Telefonieren oder für Tonaufnahmen als auch eine Fernbedienung. Hier gibt es insgesamt vier verschiedene Tasten. Einmal natürlich die klassischen Tasten für lauter, leiser bzw. Play und Pause. Über letztere könnt ihr auch Anrufe annehmen oder durch längeres Drücken Siri starten. Über die vierte Taste kann dann das ANC gesteuert werden, dazu dann gleich noch mehr. Was ich persönlich aber vermisst habe, das war eine Möglichkeit Songs zu skippen. Das hätte man ja beispielsweise über einen Doppeltipp auf die lauter oder leiser Tasten lösen können. Nun aber zum wirklich interessanten Punkt an diesen Kopfhörern, dem ANC. ANC ist heutzutage nichts mehr wirklich Neues und wird prinzipiell von vielen Kopfhörern unterstützt. Das sind aber überwiegend Over-Ear oder On-Ear Kopfhörer. Bei den wenigen In-Ears mit ANC ist meist ein Akku irgendwo in einer kleinen Steuerbox am Ende des Kabels integriert. Das ist extrem unpraktisch, weil es die Kopfhörer natürlich schwer macht und der Akku geladen werden muss. Und da kommt jetzt der Lightning-Anschluss ins Spiel. Da kann die Kopfhörer nämlich direkt mit Strom versorgen und ermöglicht so bei den Libratone Q-Adapt-In-Ears ANC ohne einen zusätzlichen Akku an den Kopfhörern. Ich hatte im Vorfeld etwas Angst, dass das Ganze den iPhone-Akku recht schnell leer saugen würde. Die Angst war im Endeffekt aber absolut unbegründet. Ich habe damit pro Tag meistens zwei bis drei Stunden Musik gehört und dabei nicht irgendwie bemerkt, dass der Akku des iPhones irgendwie schneller leer wurde. Umgesetzt hat Libratone das ANC dann ähnlich gut wie bei den On-Ears, die ich schon vor ein paar Wochen getestet habe. Man nennt das Ganze natürlich wie der City Control. Es gibt vier verschiedene Stufen, zwischen denen man entweder mit der schon erwähnten Taste auf der Fernbedienung oder auch über die App hin und her wechseln kann. Das finde ich genial, denn wenn man doch mal etwas mehr von der Außenwelt mitbekommen möchte, beispielsweise auf einer viel befahrenen Straße, dann reicht einfach ein kurzer Klick. Habt ihr die für euch passenden Aufsätze gewählt und wenn die Kopfhörer wirklich perfekt in euren Ohren sitzen, dann funktioniert das ANC auch ziemlich gut. Man hört im Hintergrund ein minimal leises Rauschen, wie bei so vielen ANC Kopfhörern. Von Außengeräuschen beispielsweise im ICE oder im Flugzeug bekommt man aber deutlich weniger mit als ohne ANC. Wenn man dann noch Musik abspielt, dann ist das wirklich extrem angenehm. Beim Q-Adapt On-Ear von Libratone oder auch den Bose QC35 funktioniert das ANC noch besser. Bei On-Ears oder Over-Ears ist das aber einfach meistens so, weil die noch besser abdichten als In-Ears. Aber wenn man bedenkt, dass das hier eben In-Ears sind und man keinen zusätzlichen Akku benötigt, dann war ich mit dem ANC doch ziemlich zufrieden. Jetzt haben wir über fast alles gequatscht. Das Wichtigste fehlt aber noch und das ist natürlich die Soundqualität. Die hat mir ja schon bei den Q-Adapt On-Ears von Libratone extrem gut gefallen und alles in allem haben mich da auch die In-Ears überzeugt. Der Klang ist ab Werk Libratone typisch ziemlich neutral gehalten, ohne dass man dabei irgendwie auf Bässe verzichten muss. Sie klingen natürlich merkbar besser als Apples Earpods oder auch die AirPods. In der Libratone App kann man außerdem noch den Modus Extra Bass oder verbesserte Höhe aktivieren. Je nach Genre kann das durchaus nützlich sein. Ich hätte mir da aber noch mehr Einstellmöglichkeiten bzw. Equalizer gewünscht. Alles in allem ist die Klangqualität aber wirklich ordentlich. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass mir die Libratone Q-Adapt in ihr insgesamt doch ziemlich gut gefallen haben. Natürlich ist aber auch hier nicht alles perfekt. Dinge wie das nicht vorhandene Hardcase, dass man mit der Fanbedienung keine Songs skippen kann oder die wenigen Equalizer Möglichkeiten in der App haben mich etwas gestört. Dazu kommt, dass man die Kopfhörer eben wirklich nur mit dem iPhone oder iPad verwenden kann. Ein Adapter von Lightning auf 3,5 mm Klinke wäre echt genial, da man die Kopfhörer dann zum Beispiel auch ans MacBook anschließen könnte oder eben an andere Smartphones. Klar, dann natürlich ohne ANC, aber so muss ich momentan immer zwei Paar Kopfhörer mitnehmen. Und dann wäre da natürlich noch die UVP, die mit 179 Euro alles andere als günstig ist. Ich will ganz ehrlich sein, für das Geld gibt es In-Ears mit einer noch besseren Soundqualität. Bei den Q-Adapt In-Ear überzeugt aber eben das Gesamtpaket aus tollem und hochwertigem Design, ordentlicher Soundqualität und extrem gut umgesetzten ANC ohne zusätzlichen Akku. Dazu kommt, dass der Preis momentan schon auf um die 150 Euro gesunken ist. Deshalb lautet mein Fazit ganz endlich wie der Videotitel. Wer ein iPhone und oder iPad besitzt und auf der Suche nach hochwertigen In-Ear-Kopfhörern mit ANC ist, für den sind die Libraton Q-Adapt In-Ear die perfekte Wahl. Dann sind sie den Preis nämlich auch definitiv wert. Es kommt also wie immer sehr stark auf eure Anforderungen an und welche Art von Kopfhörern ihr eben bevorzugt. Aber ja, das soll es von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch in der Endcard auch noch meinen Review zu den jetzt schon öfter erwähnten Libraton Q-Adapt On-Ear-Kopfhörern. Wie gesagt, die habe ich auch vor ein paar Wochen getestet. Könnt ihr euch auch sehr gerne anschauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage wie immer Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.